Unser heutige Kinderwitz erzählt uns Stefan aus Dübendorf. Nein, nicht! Mal komm, mach jetzt, erzähl! Mal komm, jetzt haben wir doch den ganzen Tag gelernt! Nein, nicht mehr! Nein! Mal komm, heute Mittag hast du ihn so schön gekonnt! Nein! Mal komm, fang jetzt an! Nein, nicht! Ich soll dir etwas helfen! Nein! Mal komm, ich hilf dir etwas! Nein! Es waren einmal drei Buben, was haben die? Nicht! Mal! Die haben aufgeschnitten, welcher der stärkste Vater hat mit dem grössten Schwanz. Wie geht's weiter? Ich weiss nicht! Mal komm, erzähl jetzt! Nein, nein! Mal, das sagt doch der erste Bub, wenn mein Vater zu Göschen, seinen Schwanz ins Gotthardtunnel streckt! Was passiert dann in Zirolohne? Nein! Mal komm, sag jetzt, was passiert in Zirolohne? Nein, nein! Gott, verdammt, jetzt hätte ich den ganzen Tag gekonnt! Nein! Was passiert dann in Zirolohne, wenn der sein Schwanz ins Gotthardtunnel streckt? Überschwemmig! Nein! Jetzt fangen wir mal an! Es waren einmal drei Buben, die haben aufgeschnitten! Welcher der grösste Vater hat mit dem längsten Schwanz? Was passiert dann in Zirolohne, wenn der sein Schwanz ins Gotthardtunnel durchstreckt? Überschwemmig! Nein! Was passiert dann in Zirolohne? Nein! Was passiert dann in Zirolohne? Gott, verdammt, warum kannst du das denn jetzt nicht? Jetzt hast du doch den ganzen Tag gekonnt, du Togu! Gott, verdammt! Gott! Entschuldigung!